Oh, Ryan Kent Highlights, danke für deinen Call, danke für deinen Call. Der neue Transfer von Feather Watcher, Ryan Kent. Was sagt ihr? Wir gucken einmal, einmal die FIFA-Ryan-Kent-Karte. 91 Pace. Okay, der ist eigentlich nicht 5 Sterne schwacher Fuß. Gilmous 4 Sterne, warum hat der nur 76 jetzt? Oh, 96, der ist 27 Jahre alt. Ryan Kent, stark, 91 Pace. Lass mal gucken, wie gut der ist. What this is, why would you want to sign Ryan Kent? Yeah, okay. Das Ding ist, ich frage mich immer bei solchen Spielern, wenn die krass sind, warum hat kein anderer die gekauft? Weißt du, was ich meine? Aber was mir gefällt, ist sein Körper, der sieht mir nach einem Kämpfer und nach stabile Fises aus. Aber ein Faner spielt da bestimmt Innenverteidiger oder so. Okay, der macht immer Übersteiger, ne? Wie viel hat Faner ihn gekauft, wenn ich frage das? 0 Euro? Oh mein Gott, das schmeckt so gut. Doch man, ich hab Bock auf ihn, Digga. Ich hab richtig Bock auf ihn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020